Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von The Grey Garden. Diese Folge hat dich schon mal angefangen aufzunehmen, die ersten zwei Minuten. Und der Dialog, der gleich folgt, ist so voller komplizierter Worte und Begriffe, dass ich dann aufgegeben habe und mir den erstmal durchgelesen habe, um die ganzen Worte nachzuschlagen, die da drin sind. Ich konnte trotzdem nicht alles jetzt klären, aber ich hoffe, ich kann euch zumindest einigermaßen jetzt darstellen, worum es gleich geht. Das ist echt, also es war so voller Wörter. Ich dachte nur so, was ist hier los? Gah! He, he, he. Da kommt Poop McShades. Gar nicht übel, wie ihr Poemi vertrieben habt. Sei nicht so eingebildet. Hä? Bitte, hört doch auf damit. Was haben wir euch denn jemals angetan? Ja, du Kackerkauer. Das müsste es tatsächlich sein. Du Müllmulcher. Das kommt von Mulcher. Das ist so ein Gerät auch zum, ja, Zerheckseln von Müll. Du bist für nichts gut zu gebrauchen. Du Duty Hat ist eine Beleidigung, die man halt benutzt gegenüber Leuten, die böse und gemein sind. Bootstain, Pootstain. Auch das sind, ist anscheinend eine zusammenhängende Beleidigung, die man benutzen kann. Stain ist halt Fleck und Poot zum Beispiel ist ein Furz. Verdammt. Ja, genau. Seid ihr nicht ein bisschen grausam? Du bist doch der grausame Typ. Du machst ein großes Durcheinander in unserer Welt. Habt ihr euch beiden Bootstain, Pootstain überlegt? It lipped. Das bedeutet, dass es improvisiert ist. Genau. Ganz spontan improvisiert. Naja, sagt, was ihr wollt. Wir alle folgen nur den Befehlen unseres Teufels. Aber ignoriert seine Befehle doch, wenn ihr die nicht mögt. Kannst du endlich aufhören mit dem Nonsens? Hä? Auf keinen Fall. Das nenne ich einen Mann, hat keine Courage, seine, ja, seine Meinung zu vertreten. Erzähl mir davon. Ach, das ist Missandry. Und Missandry ist anscheinend ein unbegründeter Hass gegenüber Männern. Genau. Das ist Missandry. Das ist nicht nett. Überhaupt nicht nett. Es geht doch hier um Gleichberechtigung der Geschlechter, nicht wahr? Ach, halt die Klappe. Ich kann nur hoffen, dass ich nicht gleich bin wie du. Tu ihn doch einfach in den M und dann ist so ein Typ nichts anderes als ein Jagdhund. Ja, gute Idee. Lass uns seine... Zerstören. Wow. Ihr beiden seid heute aber echt vulgär drauf. Ja, hört auf mit diesem dreckigen Zeug. Ich dachte, ihr wärt Mädchen. Still. Au. Josiphy ist wirklich, wirklich böse zu den Jungs. Reißt euch zusammen, Leute. Hey, ich habe noch nicht aufgegeben. Weißt du? Ob du es nun magst oder nicht. Also in Hinsicht auf Josiphy. Du Dummerchen. Ich habe für niemand anderen Augen außer für Froze. Ein Punk wie du, das soll ja wohl ein Scherz sein. Da-da. Mwahaha. Und zurückgewiesen. Äh, ähm, ihr beiden? Du Dummerchen, du Idiot, dumme Shijimi. Ahem, denkst du wirklich, das hier wäre die Zeit, um Witze zu machen? Witze? Wir meinen das 100% ernst. Idiot. Oh, ich habe Hunger. Ich möchte Stick Bugs essen. Das sind übrigens diese voll langen Käfer, die aussehen wie ein Ast. Kennt ihr die? Das sind Stick Bugs. Stick Bugs, der perfekte Snack für einen hungrigen Magen. Stick Bugs, Snack der Götter. Rawberry? Klebrige Stick Bugs. Oder, oder, sticky, stickige Stick Bugs jedenfalls. Alles klar. Jetzt reicht es aber mit den Witzen. Sorry, ich habe Arbeit zu tun. Ich habe Arbeit zu erledigen, ist vielleicht besser. Man riecht sich. Hey, warte mal. Oh, er ist weggegangen. Grrrr. Hm? Ah. Uh, der sieht ja cool aus. Okay, dann kämpfen wir mal. Ja, das war quasi der Dialog, der echt beim ersten Durchlesen einfach zu krass war. Ich hätte euch überhaupt nicht alles übersetzen können. Das wäre voll scheiße gewesen. Deswegen habe ich die ganzen Begriffe dann erstmal nachgeschlagen. Ich glaube, die haben wir aber schon mal aus. Ah, nee, das hier ist neu. Ah, okay, das probieren wir mal aus. Charge. Und, äh, Cheek Puff. Das kennen wir schon. Aber das war neu. Wow, das war ziemlich cool. Ah, er kann sich gerade nicht bewegen. Das ist ja cool. Das machen wir einfach nochmal. Das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, der ist gleich schon erledigt. Weil wir machen ja echt gute Attacken gerade. Ja, genau. Schon vorbei. Yeah, Yosefire 2. Neue Attacke. Dieser Punk. Lasst uns weitergehen. Ich werde ihm die Sonnenbrille wegprügeln. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, wir hören schon zu. Kein Problem. Oh mein Gott. Das ist so schlimm. Das ist jetzt gerade ein echtes Aufnahmeproblem, was ich habe. Ich habe doberweise meine Haare unter dem Headset. Das kitzelt. Hört sich komisch an, aber es kitzelt total an meinem Ohr gerade. Aber ich halte durch. Ich halte durch. Ich muss mich einfach nur aufs Spiel konzentrieren. Ich glaube, ich halte es doch nicht durch, es kitzelt zu sehen. Wartet mal kurz. Einen Moment. Okay, da bin ich wieder. Verzeiht diese kurze Pause. Uh, Kruzifixe. Ist das was zum Attackieren oder... Ähm... Ah, alles klar. Eins kriegt sie. Und... Oh Gott, auf jeden Fall Froze. Und haben wir dann hier was Besseres zum Verteilen? Nein. Na gut. Dann ist ja alles in Ordnung so. Und wir übergeben uns weiter auf den Weg. Habe ich jetzt mein Headset richtig aufgesetzt? Wartet mal. So, okay. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Wieso hat die Musik hier aufgehört? Uh, wir haben noch gar nicht gespeichert nach dem Kampf. Nach dem schweren Kampf. Eher war der Dialog schwer, muss ich ja jetzt mal sagen. Der Kampf war easy. Oh, zwei Wege. Ich gucke erst mal hier. Oh, yeah. Think Candies. Aha. Oh, wir haben auch noch Guard Candies. Aber leider nur zwei. Ich gebe mal Macarona. Und Think Candy kriegt jeder ein. So. Und dann geht es zurück. Och Mensch, wie sollt die Musik einfach aufgehört? Die hätten sie ruhig anlassen können, finde ich. Na, 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 na. Gleich passiert irgendwas. Schlimmes. Ich sehe es schon kommen. Oder wir treffen wieder auf wen? Aber hier ist die Welt auf jeden Fall schon wieder schön. Oh. Die Blumen sind weg langsam. Aber jetzt kommen wieder mehr Blumen. Aber es sind andere Blumen. Es sind Blumen, die hängen. Anscheinend kommen wir in eine andere Art von Wald. Oh, das ist doch das Tropfenmeer. Das ist das Tränenmeer. Aber hier sind leider... Achso, nee, das sind normale Pfützen. Aber sie reflektieren natürlich den rot gewordenen Himmel. Klar. Ich dachte schon, da wäre Blut. Aber... Ah, das ist der Weg zum Meer der Tränen. Tritt auf eine Kakerlake. Äh, kein Blut, keine Tränen. Okay. Ah. Ich dachte, jetzt könnten wir hier mal gegen Kakerlaken kämpfen. Aber es sind nur weitere flammende Fledermäuse. Dann laufen wir an denen mal vorbei. Die kennen wir ja schon als Gegnertyp. Da haben wir auch keine Angst vor. Nee. Jetzt könnte noch mal so ein Mogeko kommen, an den wir uns heilen. Das wäre nett. So, das ist ja mal wieder ein langer Weg, nicht wahr? Eigentlich könnten die Wege... Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, etwas kürzer sein. Weil die Kämpfe ja sowieso egal sind. Aber eigentlich muss man ja auch echt lassen. Also die Umgebung ist ja so schön gestaltet. Ich kann auch verstehen, dass Mogeko das gerne zeigen will. Also cool. Wer hat denn noch einen nicht so dollen Angriff? Hier. Und dann haben wir vielleicht... Ach nee, das ist schon das Beste dann. Okay. Dann kann ich auch verstehen, dass er sie erst zeigen will. Also, so viel Mühe in die Umgebung zu stecken? Ich finde, das sieht man schon, dass hier viel Mühe drin steckt. Und es soll ja auch darstellen, dass es kein einfacher Weg ist für Josipha und ihre Kolleginnen. Es ist nicht so, oh, wir laufen mal eben darüber. Nein, sie nehmen eine weite Reise auf sich, um ihre Freunde zu retten. Oh, verdammt. Zwei Wege. Ich glaube, oben wird eher eine Kiste sein. Ja! Aber da ist auch ein Weg. Oh, Octopus Shields. Ähm. Okay. Äh. Oh, auf jeden Fall Froze. Und ist hier dann noch was besser? Ja. Ja. Sehr schön. Hm, ich gucke mal kurz unten, was da ist. Aber wahrscheinlich wird da auch ein Weg sein, hm? Ach, verflixt. Ich weiß nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich gehe erstmal hier oben lang. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, hier ist eher eine Kiste. Nee, hier geht es weiter, oder? Bestimmt geht es hier weiter. Ist auch egal. Wir haben doch schon super Equipment. Ist alles gut. Hier geht es an der Klippe auf jeden Fall weiter. Hier ist der rote Hümbel. Ja, ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. So, ein wandernder Heiler. Ja. Diesmal brauchen wir, weil wir haben MPs verbraucht. Dann speichern wir nochmal. Ich mache auf jeden Fall übrigens noch das Bad End, was wir da wohl verpasst haben. Ihr habt mich ja darauf hingewiesen. Oh nein, hoffentlich ist das nicht schon wieder so kompliziert. Ah, da ist er ja. Fetty Shades. Junge. Ich werde wirklich glücklich, wenn du nach mir rufst. Was? Nein, ich werde dich erledigen. Oh. Ähm. Alle töten. Ich muss euch beglückwünschen, dass ihr diesen Untergebenen besiegt habt. Ach, das war doch ganz einfach. Aber diesmal nicht, wisst ihr. Und wieso? Einfach nur. Was? Was zur Hölle denkt denn ihr einfache Mädels, was ihr tun könntet gegen uns? Du starfst mich sowieso nur an. Die da sieht aus, als wäre sie verängstigt. Und die da, also weiß ich auch nicht so recht. Äh, hä? Jedenfalls der Punkt ist, alles nur Gebelle und kein Gebeiße. Hm. Ha, ha. Hm. Und? Hä? Ist das alles, was du sagen wolltest? Hä? Wir werden von so lahmen Beleidigungen doch nicht aus der Bahn geworfen. Oh oh. Frick, du josse Fricker. Hehe. Äh, alles klar. Es reicht. Ich werde euch erledigen. Versuch's doch. Oh mein Gott, jetzt kämpfen wir gegen ihn selbst. Scheiße. Der wird schon ein bisschen stärker wahrscheinlich sein. Wir probieren mal unsere Magien aus. Ach so, das hier ist ja jetzt das Stärkstere. Sicher jetzt erst. Ähm. Wir probieren wieder die Stär... Na, nein, nein. Die stärksten Sachen aus. Da muss ich aber aufpassen, dass es wirklich die Stärksten sind. Ha, ha. Cool. So. Oh, dann machen wir so weiter, ne? Wird schon klappen damit. Da müssen wir aufpassen, falls er doch mal attackiert, dass wir rechtzeitig heilen. Aber Froze hat, glaube ich, ziemlich viel Leben. Da müssen wir uns noch keine Sorgen... Keine Sorgen machen. Ach Gottchen. Der war ja einfacher als sein Untergebener. Ha, ha, ha. Kein Problem für uns. Äh. Das war ja easy. Shades McGreezy anschauen. Check-on. Ach so, wollte ich ja auch. Oh, ist der tot? Ach Quatsch. Der ist doch nicht tot. Der ist doch nicht so einfach klein zu kriegen. Mann. Ist ja wohl eher so, dass er nur rumgebellt hat. So ein Loser. Puh. Hey, geh nicht zu nah. Ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Oh, Vorsicht. Jetzt lasst uns gehen. Genau. Vorsicht. Hehe. Das war so klar. Josef, pass auf. Hä? Oh. Nein. Was? Was? Hä? Ha. Ist ja ätzend. Ich werde nicht nachgeben. Ich werde jetzt nicht nachgeben. Du Mistkerl. Sekunde, ich muss das kurz aufschreiben. Ey, mein scheiß Kuli funktioniert nicht mehr richtig. Ähm. Froze, dein Flügel. Schon in Ordnung. Das macht nichts. Und mal davon abgesehen. Ich kann doch nicht gegen Mädchen wie euch verlieren, wisst ihr? Denk doch mal darüber nach. Das geht nicht. Verstanden? Aber ihr kapiert das nicht, oder? Was tust du Froze an? Hä? Naja, also eigentlich wollte ich dich aufschneiden, weißt du? Du wolltest mich in den Rücken... Wie heißt denn das? Messern? Naja, sowas. Du wolltest mich in den Rücken messern? Du bist ja wohl das Mieseste vom Miesen. Ha. Sag, was du willst. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass ihr Mädchen sterbt. Ha. Oh. Hey. Weint doch, wenn ihr wollt. Ich liebe es, Mädchen weinen zu sehen. Ha. Hey, glaubt nicht, dass ihr wegrennen könnt, ja? Wollen wir nicht Fang spielen, hm? Denn wisst ihr... Ihr werdet nicht in der Lage sein, mit diesen Flügeln zu fliegen, hm? Das wird euch wirklich verlangsamen. Also, was werdet ihr tun? Ja, was nun? Ich kann auch nicht fliegen. Äh. Ah, kannst du nicht? Äh. Ups. Haha. Das ist ja mal total hoffnungslos. Es war schon schlimm genug, so wie es gerade war. Aber du kannst ja nicht mal fliegen. Ha. 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 Voll gemein. Äh. Du weißt, du kannst nichts tun, um... Deine Nutzlosigkeit noch besser zu machen. Es reicht. Dein Gelaber ist so nervig. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist sinnlos. Habe ich es dir nicht gesagt? Oh. 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 Also dann. Oh. Ah. Froze. Oh nein. Ha. 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 Oh Gott. Komm schon. Du kannst fliegen. Ich weiß es. Ich glaub an dich. Josiphar, du schaffst das. Bitte, bitte. Ha. Ich, ich kann nicht fliegen. Wieso bin ich gesprungen? Du kannst das. Naja. Ich weiß wieso. Um Froze zu retten. Aber ich kann nicht. Ich habe Angst vorm Fliegen. Ich werde sterben. Und Froze. Froze wird auch sterben. Hm? Froze ist in Gefahr? Ich muss sie retten. Ich muss sie retten. Ich muss sie retten. Das war ja cool. Ja, sie hat es geschafft. Das ist super. Ich freue mich gerade total. Ohne Worte. Hä? Josef? Du, du kannst fliegen? Hä? Wirklich? Oh, oh. Oh, beruhige dich. Stopp. Wir werden fallen. Ganz ruhig bleiben. Voll super gemacht. Sorry, Josef. Nein, mir tut es leid. Oh, warte mal. Deine Verletzung. Geht es dir gut? Das ist nicht viel. Du großer Lügner. Du wurdest doch direkt in den Magen getroffen. Ja, naja, schau. Hm? Wow. Cool. Das Messer hat deine Taschenuhr getroffen. Ja, deswegen. Wow, Mann. Entschuldigung, ich muss gerade so lachen. Ähm, Taschenuhren sind echt krass. Vielleicht sollte ich auch eine haben. Naja, ich glaube, dass es eher einfach nur ein glücklicher Zufall war. Hm. Nun ja. Und was ist mit dem, vor dem du mich beschützt hast? Schon in Ordnung. Ach so. Das andere, der andere Angriff, meint sie. Äh, schon in Ordnung. Das ist nur eine leichte Wunde an meinem Flügel. Verstehe. Gut. Tut mir leid. Danke, Froze. Ähm. Geht es dir gut? Ich fühle mich momentan nur wie eine Haniva. Was ist das? Aufschreiben. Eine Haniva? Oder weiß Froze auch nicht, was eine Haniva ist? Puh. Ha 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 ha. Ha ha ha. Cool. Ha ha ha. Du lachst? Ich meine, du. Ha ha ha. Jetzt muss ich echt mitlachen. Ist geil. Was? Ich weiß, dass ich lustig bin. Aber was ist denn dabei so lustig? So lustig. Ha ha ha. W-wieso? Puh, puh, puh. Oh. He he he. Ha 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 ha. Oh Gott, ich kann nicht so viel lachen. Puh. Voll süß. Ah, ist so süß. Ist so süß. Wieso lache ich überhaupt so? Du bist einfach so niedlich, wenn du lachst, Froze. Oh Mann, ich möchte vor Peinlichkeit sterben. Was? Bitte stirb nicht, nachdem ich dich gerettet habe, okay? Ja, nun ja. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt gestorben wären von so einem Fall aus der Höhe. Hä? Jedenfalls, lass uns zurück nach oben gehen. Momentchen mal, mein verzweifelte, meine verzweifelte Rettung? Alles umsonst? Naja, du hast mich vor größeren Verletzungen bewahrt. Richtig, das ist wahr. Hurra, keine größeren Verletzungen. Danke. Lache wieder. Nein. Bitte. Nein. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Oh, you're the fire froze. Aha, das ist ja zum Todlachen. Nun seid ihr beiden an der Reihe. Oh. Hä? Wie, wie konntest du so etwas tun? Naja, ich meine, ich bin hier euer Gegner. Wieso? Wieso bist du so gewalttätig gegenüber Mädchen? Nein, schau mal, also... Ich werde dir nicht vergeben. Nicht einem einzigen von euch. Niemals vergeben. Hä? Wann bist du denn hinter mich gekommen? Sie ist schnell. Niemals, niemals. Ähm, hey, Missy, was... Ich höre deine Entschuldigung gar nicht. Was ist da los? Macarona? Hä? Ich, ich... Gut gemacht, Macarona. Ich... Ich wusste, dass du stark bist. Ja. Ja. Ist... Ist das so? So ist das. Ich fühle mich irgendwie genauso. Also wie vorher. Oh. Ich bin voll mit Zuversicht. Oh. Ja. Oh. Oh, geil. Macaronas Angriff und Verteidigung sind stark gestiegen. Ah, stimmt ja, sie. Juhu. Juhu. Süß. Huch, wo fliegt sie denn hin? Hihi. Wir sind zurück. Woh? Bist du gerade geflogen? Yep. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann jetzt fliegen. W-was? Yay. Hey. Hey. Na ja, also ich freue mich, dass es euch beiden gut geht. Was ist denn mit diesem Typen passiert? Oh, ich habe ihn erledigt. Hä? Was ist geschehen, Macarona? Oh, ganz plötzlich habe ich mich so voller Kraft gefühlt. Das ist ja cool. Hehe. Aber trotzdem noch ein bisschen... Ja, das kann noch ein bisschen verbessert werden. Hä? Äh. Äh. Au. So dickköpfig. Er ist wie eine Kakerlake. Du bist immer noch am Leben, du Punk. Hä? Wo? Ah, meine Sonnenbrille. Wow, seine Augen sind überraschend niedlich. Ah, süße kleine Augen. Die möchte ich gerne, oh mein Gott, ausgraben. Äh. Ich bin total männlich. Mir reicht's. Na, das hast du verdient. Äh. Ich habe noch ein zweites Paar. Was? Oh, das ist echt übel. Ich hätte niemals gedacht, dass die Dinge so weit gehen. Du erntest, was du siehst. Oh. Alles klar. Meine letzte Chance. Hä? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es selbst kontrollieren kann. Und es darf nur in den schlimmsten Situationen genutzt werden. Hä? Hä? Ich werde den ultimativen Untergebenen herbeirufen, um euch alle zu töten. Was? Hä? Der ultimative Untergebene? Aber warum hast du den nicht von Anfang an genutzt? Ich habe doch gesagt, wieso. Das ist nur die letzte Möglichkeit, die ich anwenden kann. So, nun aber. Nun. Ist es an der Zeit, dass ihr bereut. Was wird der denn jetzt herbeirufen? Huch. Neues Papiertel. Das ist ja fies. Voll der Cliffhanger. Bestimmt startet es jetzt erstmal woanders. Hä? Ah. Hm. Oh. Ja, wir sind jetzt hier. In der anderen Welt. Mit Aether und Arbus. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ist das der perfekte Zeitpunkt für einen kleinen Cut. Ich weiß es gemein. Aber es muss sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Grey Gun wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.